Musik Jetzt kommt zum Wechsel und Nio Klose geht raus und Thomas Müller kommt. Schauen Sie sich das an. Frech, technisch stark und auch noch mit Übersicht. Das 5 zu 1 in der 73. Minute. Fantastisch in erster Linie die Vorarbeit des jungen Thomas Müller. Da haben die Bayern ein echtes Talent. Eine Minute Spielzeit noch, 89. Und Thomas Müller krönte seine starke Leistung. Ein Tor glänzend vorbereitet und hier staubt er ab zum 7 zu 1 Endstand für den FC Bayern München. Wenn man rauskommt und die Tribüne links sieht, dann ist das natürlich ein tolles Gefühl. Wenn man dann hier noch ein Tor schießen kann als erstes Bundesliga-Tor, das ist natürlich ein tolles Erlebnis. Thomas Müller, die hochverdiente Führung für den FC Bayern München. Ein Traumtor nach einer weiteren Traumkombination. Was hat der für ein Jahr hingelegt? Was hat der hier für ein Spiel hingelegt? Drei Treffer von Thomas Müller. Was gerade wieder passiert ist, das kann man auch noch gar nicht in Worte fassen. Ich glaube, das sieht man erst rückblickend in vielleicht ein, zwei, drei Jahren. Aus der eigenen Jugend, Thomas Müller! Natürlich hat man es auch im Fernsehen so schon gesehen und live dabei zu sein, ist natürlich Wahnsinn. Der lange Pfost in der Ball. Kopfballaufsetzer von Thomas Müller und der Ball ist im Tor. Die Bayern fühlen mit 1 zu 0. Zehn Minuten vor dem Ende. Müller, aber der hat keine Kraft mehr. Schafft er es noch bis zum Tor. Müller, 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 Tor! Müller, Flachschuss, Tor! Abgefälscht, wie geht der denn rein? Müller mit einem Sensationstor! Ja, ist denn das die Möglichkeit? Eine Sensation, wie Thomas Müller das macht. Mahler, Müller, Felge! Ja, das ist 아이 vodka. Ach weiß,Audi! Wir warten auf die Anzahl für kleinere Kost freige Gang.